Hey Leute, in diesem Video erfährst du einmal, wie du eigentlich beim Zippo Feuerzeug das Benzin wieder richtig nachfüllen kannst, wenn dieses hier zum Beispiel leer ist. Wenn du Bock darauf hast, bleib auf jeden Fall dran. Gehäuse auf die Seite legen und dann das Ganze einmal so herum umdrehen. Danach hier unten dieses Füllstück einmal nach oben umklappen, am besten mit einer Pinzette oder einem kleinen Zahnstocher hier in diese kleine Öffnung geben. Ich mache das jetzt mit der Pinzette, ziehe das Ganze hier leicht nach oben, dass die Watte darunter sichtbar wird. Jetzt müssen wir hier drin die Watte einmal mit einem speziellen Feuerzeugbenzin tränken. Ich verwende hierfür das spezielle Feuerzeugbenzin der Firma Zippo, doch im Notfall geht es natürlich auch mit einem anderen Feuerzeugbenzin. Hierfür das Füllstück jetzt leicht nach oben halten und dann einfach einmal hier ein paar Tropfen reingeben. Das machen wir jetzt so lange, bis das erste Mal oberhalb von der Watte-Schicht etwas von dem Feuerzeugbenzin zu sehen ist. Ich hoffe, du kannst bei mir leicht erkennen, dass das Feuerzeugbenzin bis hier oben jetzt gefüllt ist. Auf keinen Fall weiter füllen, denn wenn du jetzt das Füllstück dann herunterdrückst, würde das Ganze überlaufen und entweder in das Zippo-Gehäuse oder vielleicht sogar in eine Tasche laufen, was natürlich nicht so cool ist. Jetzt hier oben das Füllstück einmal nach unten drücken und nun lassen wir das Ganze einfach mal noch so für ca. 1-2 Minuten stehen, dass sich die Watte hier in deinem Zippo-Feuerzeug auch wirklich nochmal schön mit dem Feuerzeugbenzin vollsaugt. Zwei Minuten sind es vergangen und jetzt kann ich das Innenleben wieder ganz normal in mein Zippo-Gehäuse einbauen. Hierfür das Ganze noch runterdrücken und jetzt wasche ich mir natürlich noch die Hände, denn dieses Feuerzeugbenzin tut deiner Haut nicht wirklich gut. Zum Schluss noch ein kleiner Test, ob es auch alles funktioniert und ich denke, du kannst sehen, das schaut auf jeden Fall wirklich gut aus. Wenn ein Zippo-Feuerzeug jetzt nach dem Befüllen immer noch nicht richtig funktionieren möchte, schau dir am besten einfach mal von mir ein anderes Video dazu an, wie du am besten die Watte, den Doch oder auch den Feuerstein bei einem Zippo richtig wechseln kannst. Ein neues Zippo-Feuerzeug oder auch Zippo-Nachfüllbenzin gibt es übrigens schon relativ günstig in einer sehr hohen Qualität auf Amazon und das Beste dabei ist, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geschickt und du musst nicht extra irgendwo in den Baumarkt zum Beispiel fahren. Wenn du dir also ein neues Zippo-Feuerzeug oder auch Zippo-Benzin zulegen möchtest, einfach einmal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.